Followern von Fürstin Charlene von Monaco auf Instagram dürfte inzwischen aufgefallen sein, der Account des Royals ist nicht mehr auffindbar. Auf Instagram wird nicht ersichtlich, ob Charlene ihr Profil gelöscht hat oder es zu einem technischen Problem kam. Dafür, dass sich die Zwillingsmutter freiwillig von ihrer Social-Media-Präsenz getrennt hat, spricht zumindest, dass sie schon lange nichts mehr postete. Womöglich hatte sie einfach keine Lust mehr, ihren Kanal zu bespielen oder sie wollte sich eine Auszeit von den Fankommentaren nehmen. Möglicherweise möchte der Palast die Kommunikation über die sozialen Medien aber auch vereinheitlichen. Denn sonst werden alle News, die das Königshaus betreffen, über den offiziellen Facebook- und Instagram-Kanal bekannt gegeben. Charlene wurde auf ihrem Instagram-Account deutlich privater und teilte gerne Aufnahmen aus der Familie. Ob sie das bald auf anderem Wege machen wird, bleibt abzuwarten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017